hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio sind wir auch bei unseren kleinen Produktionsstätten hier angelangt und ja sind immer noch Fortschritt Technologie ah genau, wir wollten ja unsere Verarbeitung verbessern das heißt wir müssen mal wieder Tränke bauen, unglaublich so jetzt bauen wir nicht nur die roten, sondern auch die grünen Tränke noch naja, das kann nur dauern das Problem ist ja nicht nur mal, dass die Tränke so lange gehen, sondern das bauen halt mein Gott ja die Wanns ist nacht da oben hab ich es wahren oh 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 haben wir so Monster Machos das jetzt ja, sind im Kampf verwickelt, aber sind noch voll Gesundheit ich frag mich ob die uns jetzt entdeckt haben und uns jetzt öfters angreifen das würde mich nämlich schon noch interessieren irgendwie hab ich nicht das Gefühl, dass da wirklich was passiert ist jetzt so, wir haben jetzt jetzt Ziegelsteine, wir können jetzt Mauer bauen so schön, jetzt können wir Mauer bauen endlich äh, wo war denn das jetzt Steinbauer Kastoschüler sind auch Verbindungsstücke, kann ja nicht sein, dass sonst so viele Steine bräuchte gut, dann werden wir das jetzt mal hier bauen gut dann werden wir das jetzt mal hier bauen okay, das macht tatsächlich so viele Steine, unglaublich okay, das macht tatsächlich so viele Steine, unglaublich ja, da gibt es Platz ja, da gibt es Platz ihr seht hier 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 lag die ganze Zeit an, okay da wird natürlich hier ziemlich hoch gesüllt gut, da steht es jetzt auch an weil der Teil jetzt drin hat so gut, ich seh schon, wir bauen schon wieder keine Tränke mehr hier so, jetzt denken wir den auch und schon hat uns doch was gefehlt so haben wir schon wieder ein paar Steine hier sehr schön da haben wir noch ein paar Walls wieder boah, das macht doch ein paar Ziegesteine he ja, das Spiel ist aber echt lustig man brach ein bisschen Zeit, um das ganze hier halt stehen zu lassen ich schaue, wenn man es wirklich anzupt, dann sieht es sehr pixig aus woher kann ich mal woher kann ich mal woher kann ich mal woher weiß ich zogen, das ist ja krass okay okay, ist auch fast voll so so okay, dann gleich wieder den Trink von denen herstellen wem die an und fertig haben okay, er brutzelt alles schön, schön okay, er brutzelt alles schön, schön so so jetzt sind wir gleich mit denen wieder und das läuft alles wunder toll jetzt geht der Vorschau ein bisschen vor war nicht sogar geplant okay so, dann bauen wir mal die erste Maui auf jetzt haben wir genug noch so, da läuft was nicht mehr und es läuft wieder alles sehr schön so, dann so, dann geht's voran oh gott ja, taf schonste wieder bei uns Ihr seht schon, jetzt muss ich zuerst die ganzen Einteile bauen, das haben wir langsam Ja und die Kohle ist hier voll, mehr als voll Ok da geht wieder was So was war es hier, danke Genau den Tank den wir haben Ja bald haben sie voll Aber sie wollen so wie bald ans liegen kommen Weil sie keinen Platz mehr haben Hier sind bald hier voll So was fehlt hier, Hübertank Ok das sind die letzten paar Zeilen jetzt Ok bitte ein paar Mauer Warum kriegst du die wieder hin Ok Gab es hier auch mal eine Tür oder was ähnliches Die musst du ja gleich zuerst erforschen ne Gut weil auch noch möglich ist das jetzt ein Tor Aber Tor jetzt erforsche So Ok was an was fehlt es hier Roten Tränken Grün Tränken Grün Tränken Und hier an roten Tränken So Jo es läuft So Roten Tränken brauchen wir nachher wieder So das läuft mal Wir haben es bald geschafft zum Fortschritt Und dann haben wir neue Öl Und ich hoffe mit denen kann ich dann Die beste Sachen bauen Das ist momentan meine Hoffnung Aber es wird sich zeigen Okay Okay Was ist soweit Gut Sehr gut Geschafft Okay Mal schauen Möglich Das Lägen Die Montage Maschine haben immer noch nicht genauer gefunden Wie es funktioniert Gut natürlich das ist das Bauen Aber irgendwo waren doch die Tore Möglichen plus Na gut irgendwo waren die Tore irgendwo Da Ok, wir sind jetzt 20. So, dann können wir nachher die Tore bauen. Das hilft uns dann auch schon viel weiter. So, jetzt schauen wir kurz mal die Öfen. Müssen wir jetzt die besten Öfen bauen können? Wo waren die jetzt? Ich sehe sie durch, ich sehe sie gar nicht. Wo sind sie denn? Da sind sie. Stahlträger. Ok, wir müssen Stahl herstellen. Das wird jetzt mal klar. Ok, dann würde ich mal sagen, dann bauen wir mal hier den weiten Ofen. Äh, jetzt bauen wir Stein. So. Jetzt bauen wir mal den Ofen hin. Der nach den Tränken. Natürlich. Wohl 64. Und hier auf 18. Hier ist alles leer. Ok, jetzt liegt es wieder an grünen Tränken eigentlich nur noch. So. Ok. Also ich gehe davon aus, dass wir in der ersten Linie Kohle brauchen. Das wir brauchen mal. Ein paar von denen. Da brauchen wir einen solchen. Noch einen. Da müsste dann eigentlich passt noch einen. So. Mal schauen, was denn da raus kommt, wenn das ausgebaut ist. Ok, jetzt geht es hier. Kann noch einen Moment noch dauern, da wir einiges anderes bauen müssen vorher. So. Letzter grünen Tränken hier gebaut. So. Kann den nächsten Auftakt geben. Oder 50. So. Ok, nachher werden ein paar, äh, Greifern für uns gebaut, so wie ich ein paar Schienen. Das sieht wirklich so aus, dass die Aliens nicht angreifen würden. Ok, Militär hervor. Sehr gut. Ok, Zipharos möchte das nächste haben. Wir können aber von vorne mal gehen, ne? Wie zum Beispiel das hier. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Gemöglicht. Tor. Ah, aber das ist jetzt schon erforscht. Tor ist verfügbar. Ach so. Ich kann jetzt erst das Fundament bauen, oder wie? Ich kann doch gar kein Tor bauen. Ich kann doch gar kein Tor bauen. Das ist ja vielleicht ätzend, merke ich das gerade. Ok. Na gut, dann machen wir das jetzt erst so. Sind meine Arme natürlich etwas anzuwenden worden. Unglaublich. Kann doch nicht arbeiten. Ehm, ok. Den muss ich jetzt mal umleiten. Ok, das hat noch geklappt mit der Verbindung. So. Ja, das muss ich durchaus ein bisschen erwarten mal, weil ich ja die Arme brauche. so, wenn die Typen weggehen. So. Das läuft mal vorerst. Oh, ich sehe schon, wir haben schon wieder Überzeit. Ja gut. Wer sagt, danke für das Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und schaltet beim nächsten Mal ein, wenn es heißt, Factorio. Bis dann. Tschüss. Tschüss. ahn